Klipp, klapp, die Springschnur knallt, schnalzt überm Boden, klipp, klapp, nur auf dem linken Fuß, nur auf dem rechten Fuß, der Sekundenzeiger rennt, klipp, tack, klapp, tick, klipp, tack, klapp, tick. Linke gerade, linker Haken, rechte gerade, jab, hook, punch, der Spiegel, zeigt 1,84 Meter und 75 Kilo, in roten Shorts und rotem Leibchen, endlich, bald ist es vorbei, ein jedes Mal überrascht, wie schnell drei Runden vergehen, drei Runden, ah, drei Minuten. Und mich entspannt die Großmäuler, die einen Auftritt bereits hinter sich haben, ich bin nicht zu schlagen, ich marschiere doch bis zum Titel, die ihre Heldentaten oder die Niederlagen anderer kommentieren, meine Fresse Janko lag nach 30 Sekunden, Spiegel, komm, einmal noch, 1,84, 75 Kilo, in der nächsten Garderobe mein Gegner, links, links und rechts, jab, hook, punch, im Dakt, sag ich's mir vor, ich schick ihm Schock in den Kopf, jab, punch, punch, hook, und er wird nur Schwarz vor den Augen haben. Quer durch den Raum Simons Stimme, Lorenz, es geht los, er folgt mir in den Kellergang, am Ende des Flurs die Metalltür, nichts ist heftiger als das, sagte Z, als wir mal darüber sprachen, was für unseren Boxen das Einmalige, das Unübertreffliche, das Allerbeste ist, nichts ist heftiger als zuzugehen auf diese Schreien und Stampfen, und die Metalltür vibriert vom Wasser eines Lieds, und ein Security drückt die Klinke, und der Lärm wird zu Applaus, und aus dem Wummern ein Klassiker von Wu-Tang, Cash Rules Everything Around Me, Cream. Vor mir die Halle, mit Sprossenwänden, Basketballkörben, Spielfeldmarkierungen, auf den Rängen verstreut, die Zuschauer. Im Gegensatz zu Z, stört mich das Treiben um den Ring, aber mich fasziniert, was innerhalb der Seile passieren wird. Ich treffe auf einen, den ich nicht kenne, dem ich höchstwahrscheinlich nie wieder begegne, und für drei Runden wird er das einzig Bedeutsame sein. Z hielt mich für verrückt, als ich ihm erklärte, dass ich am liebsten ohne Publikum boxen würde. Nur der Ring und der Gegner, aber kein Johlen und Klatschen und Pfeifen, keine Zeltfestatmosphäre, nur das Wesentliche. Zwei Typen, einer rot gekleidet, der andere blau, links oder rechts, Sieg oder Niederlage, ein simples System, das eindeutig klärt, auf welchen Level du kämpfst. Ich halte den Blick unten, auf meiner Schulter, Simons Hand. Sein fester Griff versichert mir, dass er bei mir ist, als wir die Stufen hoch zum Ring nehmen. Simon spannt die Seile, und ich gleite ihn durch, lasse die Dreifaltigkeit los, Chap, Cross, Hook, eins, zwei, drei. Ich versuche, die Bedenken zu verdrängen, die Ängste, die um eine vorstelle erlittene Niederlage kreisen. Ein Titel wartet, ein Titel wartet, ein Titel wartet, der mich ins Nationaldeam bringt, in geförderte Strukturen, ich könnte zu internationalen Einsätzen reisen. Ich spule die Karriere ab, die mit einem Sieg nun möglich wird, so irre es klingt, ich bei der Europameisterschaft, ich bei der Weltmeisterschaft, ich bei der Olympia. In meinen Fäusten ist alles drin, was mich ausmacht, alles, was ich sein will, ich in meiner besten Version, die Geschwindigkeit und die Wucht und die Konzentration und alles, so unwiderstehlich. Im Ring existiert ein besonderer Sog, als würde ich in einen Fluss springen, der mich auf die Kante eines Wasserfalls zuschleudert, durch Stromschnellen gegen Steinbrock rein, Untertauch rein, fortreißen, bis ich mich ans Ufer retten kann und weiß, dass ich diesen Wirbel unbedingt wieder erleben will. Es geht nie nur um den Kampf oder um den Gegner, um den Sieg oder um die Niederlage, sondern vor allem geht es darum, diese unwiderstehlich rasende Kraft zu erschaffen.